Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Hin und wieder bekommen wir mal den Zusammensirup aus einem Eimer oder in einen Eimer bei Reaping Woods zu sammeln. Diese Mission hatte ich bisher noch nie, weiß aber, dass es die als Zehntausender und Tausender Mission gibt. Und das probiere ich jetzt mal. Schau mal, ob ich das jetzt sofort hinbekomme. Also ich vermute, weil es nicht am Mainhouse steht, sondern irgendwo im Waldgebüsch. Am Baum. Ach, jetzt kommen wir die Kackerbsen wieder aus dem Boden. Mann! Hier geht mir was auf den Sender, du Jungs. Ohne Waffe ist das echt top. Aber jetzt habe ich einen Rapponierer. Das sind aber auch Knallköpfe. Hier ist er! Ha! Oh, das war Zufall. Perfekt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut!